Hallihallo, alle Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen WWE Vlog. Ja, viel ist passiert seit dem letzten Vlog. Extreme Rules ist zu Ende. Payback steht vor der Tür und auch so gab es in den letzten Wochen doch einige Entscheidungen und Tatsachen in der WWE, die doch gut diskussionswürdig sind. Aber ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem kleinen Rückblick auf WWE Extreme Rules. Ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder dreieinhalb Wochen oder so, glaube ich, her, ne? Kann das sein? Ja, ungefähr, genau. Ja, was gab es? Es gibt großartig zu Extreme Rules. Zum einen, finde ich, war es eine gute Veranstaltung, kurz knapp, finde ich, aber durchaus mit soliden Matches. Ein Match ist ja noch hinzugekommen, das habe ich, glaube ich, in meinem Preview gar nicht erwähnt. Das war auch ein Match, das ist, glaube ich, ziemlich kurzfristig angesetzt worden. Das war Cesaro gegen Jack Swagger gegen RV Dreen. Was war das Extreme Rules Elimination Match? Sehr unterhaltsam. Ich glaube, das war sogar der Opener, wenn ich mich recht erinnere. Mit dem, wie ich finde, auch doch durchaus logischen und verdienten Sieger. Man versucht ja auf jeden Fall irgendwie Cesaro zu pushen. Deswegen hat man ihn ja auch Heyman zur Seite gebracht, um seine kleinen Schwächen am Mikrofon auszumerzen. Durchaus ein unterhaltsames Match und es ging ja auch mehr oder weniger danach weiter. Ein paar Matches mit RVD sind zustande gekommen. Und ja, jetzt Payback gibt es ja auch wieder ein paar Matches. Durchaus unterhaltsam, kurz und knackig. Ja, Bad News Barrett hat auch Big E, Längsten oder Big E, wie man ihn noch nennt, Sicht um den Intercontinental Championship. Auch eine, wie ich finde, gute Entscheidung. Ich finde, Big E ist jetzt so einer gewesen von den Fähigkeiten. Er hat auf jeden Fall einen super Wrestler, aber er polarisiert nicht, finde ich. Er kann die Zuschauer nicht mitreißen. Irgendwie, ich finde, er ist so ein, so der Schweigsame. Und ja, Bad News, man muss sagen, man hat das Gefühl, nach seinen Tagen im Nexus ist das irgendwie sein zweiter Frühling. Er blüht völlig auf irgendwie und ist deutlich unterhaltsamer geworden. Man darf gespannt sein, wirklich, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann gab es noch dieses Handicap-Match. Rusev, der erwartete Sieger, so ein typisches Squash-Match. Man braucht eigentlich keinerlei langweilig, sag ich mal. Lame, wie erwartet, Klopause. Cena gegen Wyatt, ja, das Match, das fand ich ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen ist es qualitativ nicht annähernd so gut gewesen, wie das von WrestleMania. Des Weiteren fand ich es ziemlich nervig, dass man wieder zu über Cena, sag ich mal, gegriffen hat. Wie er es mit allen dreien der Wyatt-Family gleichzeitig aufgenommen hat und siegreich war. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bray Wyatt wurde in diesem Match einfach viel zu schwach dargestellt, beziehungsweise John Cena zu stark, wie man es natürlich jetzt sehen will. Ja, Bray konnte das Match trotzdem gewinnen durch die Hilfe eines kleinen Kindes. Ziemlich amüsant, aber eine, wie ich finde, in der Fede logische Folgerung. Und es gibt ja jetzt natürlich auch noch das alles entscheidende dritte Match. Bei Payback. Was hatten wir noch für Matches? Ja, das Viber-Match, das Deven-Match. Paige, die Siegerin, wie erwartet. Gibt ja jetzt auch wieder ein neues Match bei Payback. Also auch, war interessant. Also Viber-Match halt, ne? Also, nichts Besonderes. Shield gegen Evolution. Da muss ich sagen, da bin ich doch ein bisschen überrascht gewesen, dass doch The Shield relativ klar und deutlich die Evolution ihre Schranken gezwungen hat. Hier möchte man wohl wirklich, ich würde mal sagen, den Zuschauern zeigen. So, die Alten können so langsam in Rente. Und eine neue Generation quasi, eine Wachablösung, ich würde es mal eine Wachablösung nennen. So könnte man das durchaus sagen. Ein unfassbar richtig, richtig, richtig cooles Match. Und bei Payback wird es ja das nächste Match von den beiden geben. Und ich glaube oder ich hoffe, dass das das in der Tat doch nochmal toppen kann. Ja, und der Main-Event, Daniel Bryan gegen Kane eigentlich auch. Der erwartete Sieger, Daniel Bryan. Ein gutes Match, muss man sagen. Amüsant, interessant, aber halt natürlich kein technischer Lenkerwissen. Konnte man mit Kane als Gegner, aber auch muss man sagen, nicht erwarten. Alles in allem fand ich, ja, wie gesagt, eine solide Veranstaltung. Die Matches jetzt bis auf Shield Evolution, da war ich mir echt im Zwiespalt, waren die Matchausgänge doch zu sehr, sage ich mal. Offensichtlich oder vorhersehbar. Hat da so ein bisschen die Spannung gefehlt, aber durchaus solide. Und kann man sich, wie gesagt, finde ich, ganz gut angucken. So, jetzt kommen wir aber mal zu den ernsten Sachen. Die Tage und Wochen nach Extreme Rules und Payback. Ein kleines Review oder Payview, Preview. Und meine Einschätzung zu Payback, sage ich gleich noch. So, wow, was ist alles passiert? Ja, The Shield und Evolution, die Schlacht ging weiter. Im Endeffekt ist es jede Woche dasselbe Leid gewesen. Batista sollte gegen einen des Shields antreten. Und entweder gibt es einen Sieg durch Disqualifikation oder im Endeffekt war es immer dasselbe. Jeder, irgendjemand hat eingegriffen, die prügeln sich, prügeln sich und hier und da und dort. War ganz amüsant, aber ich finde, die haben es in der Zwischenzeit doch sehr übertrieben, weil zu sehr hat das, weiß ich nicht, das hat sich zu sehr für mich alles wiederholt. Das ist dasselbe wie mit Bray Wyatt gegen John Cena. So sehr ich auch, ich bin ein riesen Fan von Bray Wyatt, aber im Endeffekt ist es jede Woche dasselbe. Cena, jetzt hat er ja die Usos an seiner Seite, kämpft gegen einen der Wyatts oder die Usos gegen die Wyatts. Und im Endeffekt wird da auch wieder irgendeine Eingriffen. Und dann gibt es wieder Theater und hier und da. Und im Endeffekt hat man eine Raw-Folge gesehen, hat man alle gesehen, finde ich, was diese beiden Hauptfäden angeht. Fehlt ein bisschen die Spannung, wie ich finde, weil es ist halt, oh, immer dasselbe, wie es gerade so, oh, World Innocent, lalalalala. An sich echt gut, aber es nervt mittlerweile noch, weil es so, weiß ich nicht, so ausgelutscht ist, würde ich mal sagen. Weil die Fäde, ich meine, die Fäde hat angefangen beim Raw Rumble, ne, als die Wyatts ins Match eingeriffen haben, Cena gegen Orton. Und wir haben jetzt mittlerweile Ende Mai, so langsam ist es auch mal gut, ne. Ja, Daniel O'Brien, was soll ich noch zu Daniel O'Brien großartig sagen? Unglücklich, ich finde, Daniel O'Brien ist in der unglücklichen Situation, dass er einfach den falschen Gegner hat. In meinen Augen finde ich, sollte ein WWE-Champion stark und, wie heißt es, stark und ich komme nicht drauf und bla. Überlegen, dem Publikum dargestellt werden. Und Daniel O'Brien ist eher so der Champion, der Angst vor einem großen, bösen Monster hat. Und die Gegnerwahl einfach suboptimal ist. Ich habe eigentlich eher nach WrestleMania mit einem We-Match gegen Orton oder Triple H gerechnet. Und Kane, muss man sagen, hat man jetzt nicht den besten Gegner hingegeben, weil Daniel O'Brien als Champion schwächer dargestellt wird, als er eigentlich ist. So, der krasse Außenseiter, in meinen Augen schon ein bisschen zu krass. Natürlich kommt jetzt auch noch hinzu, dass Daniel O'Brien verletzt ist und ja ziemlich wahrscheinlich den Titel abgeben wird, weil bei Payback gibt es kein Titel-Match. Geplant war ja, soweit ich weiß, ein Buried-A-Live-Match gegen Kane wird jetzt vielleicht wohl auf einen Summerslam oder Money in the Bank verlegt. Je nachdem, ich weiß nicht, was mit dem Titel ist. Also jetzt, wir haben jetzt, haben wir Freitag, den 30.05. Ich habe keinen Plan, was mit dem Titel ist. Vielleicht wurde heute Morgen auch wieder irgendwas gepostet irgendwo. Aber ich habe nichts mitbekommen. Und aktuell muss Daniel O'Brien sich entscheiden, er gibt den Titel ab oder seine Frau wird gefeuert. Ich gehe davon aus, dass er den Titel abgeben wird. Wer ihn bekommt oder ob er vakant ist, lassen wir mal dahingestellt. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Was hatten wir noch? Großartig bei Raw. Ja, Sheamus hat, äh, Dingens, ähm, Let Me Ambrose, komme ich nicht auf den Namen von dem Spiel. Dean Ambrose, genau, in einer Battle Royale besiegt und ist US-Champion. Finde ich gut, weil Dean Ambrose ist in der Tat der, ich sag mal, in Anführungszeichen, Träger des US-Teilers. Nicht mehr und nicht weniger, versteht ihr? Der Titel hat sowas von Bedeutung an voll und so langsam jetzt, das finde ich auch echt gut. Gut, es gibt bei Payback einen Intercontinental-Titelmatch, US- und Diven-Titel. Ich finde das echt gut, dass sie mal jetzt so ein bisschen mehr den Augenmerk wieder auf die Titel bringen. Weil wir ja nur noch einen Haupttitel haben, hat man sonst im Endeffekt fast nichts mehr. Die sind teilweise so in Vergessenheit geraten, die anderen Titel, das ist einfach langweilig gewesen. Und ich hoffe wirklich wieder auf spannende, gute Titel-Matches, Titelfäden. Man darf durchaus gespannt werden. So, ja, dann gucken wir mal. Payback steht vor der Tür. Was haben wir denn hier interessant? So, ich habe hier mal so ein bisschen mein Bildchen. Ja, die Kick-Off-Show. Oh mein Gott. El Torito gegen Hornswoggle. Stimmt, bei Extreme Rules gab es ja auch so ein Kick-Off-Show. Das Match war ja durchaus ansehnlich und unterhaltsam. Und ein ähnliches erwarte ich auch bei Payback. Übrigens kein Kleckerbissen, aber doch durchaus ein unterhaltsames Match, was die Leute, sag ich mal, gut reinbringt in die Veranstaltung. Was war das? Hair vs. Mask? Ich gehe von aus, dass Hornswoggle sich eine Glätze schneiden lassen wird. Also da gehe ich jetzt ganz stark im Ausfall. Immer wenn es darum geht, dass jemand seine Maske verliert hat, im Endeffekt der Maskenträger gewonnen hat. Ich erinnere mich an Realm Mysterio gegen, ich glaube gegen Kane. Und Realm Mysterio gegen CM Punk, wo CM Punk dann die Haare abgeschnitten bekommen hat. Das einzige, wo, glaube ich, mal eine Maske verloren wurde, war Kane seine. Aber ist ja auch schon ewig her. Ja, was haben wir dann? Paige gegen Alicia Fox. Was soll ich von Alicia Fox halten? Ja, ähm, kreischend, wilden, du, ah, und ich habe sie ja auch live in Oberhausen gesehen. Das war ja die WWE-Live-Tour in Oberhausen vor einer Woche. Ich bin kein großer Alicia Fox-Fan. Liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach ein ziemlich großer Paige-Fan wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie sagt mir nicht sonderlich zu, sie kann sich halbwegs besiegen. Sie hat Paige auch in einem Non-Title-Match klar und deutlich besiegt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie den Titel holt. Nicht wirklich, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, Paige wird den Titel so lange behalten, bis AJ Lee wieder da ist. Was jetzt ein bisschen länger dauert, weil sie ja noch mit CM Punk sich verlobt. Oder ist ja verlobt, wollen ja wohl heiraten und hier und da. Und das dauert ja alles noch ein bisschen länger. Und deswegen glaube ich, Paige wird den Titel behalten. Ähm, nächstes Match. Rob Van Dam gegen Bad News Barrett um den Intercontinental Champion-Titel. Yay! Barrett siegt. Gehe ich stark von aus, auch wenn Rob Van Dam schon oft den Titel hatte. Aber ich glaube, sie haben einfach nur für Bad News mal vernünftigen Gegner gesucht. Ich glaube, es wird ein taktischer Leckerbissen. Aber wie die kann sich ja sehr gut bewegen. Auch Bad News ist ja nicht gerade der schlechteste im Ring, um Gottes Willen. Ich tippe aber auf eine doch relativ deutliche, ja, relativ deutliche Titelverteigung würde ich auch nicht sagen. Aber doch, ich gehe von aus, dass er doch Rob Van Dam klar und deutlich besiegen wird. Ohne irgendwelche unfaire Mittel. Als nächstes Match, auf was ich mich unfassbar freue, Sheamus gegen Cesaro um den US-Zeitel. Das Match gab es auch in der Hausshow in Oberhausen. Und das war wirklich das Match des Abends. Die beiden harmonieren sowas von gut miteinander. Und ich erwarte wirklich ein, ich würde mal sagen, 4-Sterne-Match. Mir persönlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass Cesaro gewinnt, weil ich ja ein Fan von Cesaro bin. Ob er gewinnt, also ich bin hier, boah, schwierig, wirklich schwierig. Ich meine, da man Cesaro als Ziel aufbaut, ich glaube nicht, dass er gewinnen wird. Und dass er dann ein durchaus schlechter Verlierer sein wird. Und dann irgendwie wohl Sheamus im Nachhinein noch ein Reinwirken wird. Oder das kann ich mir zumindest vorstellen. Lässt man sich überraschen, aber wie gesagt, ich erwarte sehr, 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 sehr viel von dem Match. Also man darf gespannt sein. Ja, das alte, neue Leid. Bray Wyatt gegen John Cena. Last Man Standing Match. Also ein, auch anders aus, 3 gegen 1 Handicap Match oder 3 gegen 3 Tag Team Match. Je nachdem, ob die Usos sich blicken lassen, weil die ja kein Match haben. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die John Cena zur Seite stehen. Leider Gottes glaube ich oder bin ich fest davon überzeugt, dass John Cena auch dieses Match gewinnen wird. Was dieser Fede in meinen Augen nicht gut tun wird. Man merkt ja wirklich, wenn man wöchentlich die Warshow sieht, dass John Cena wirklich so extrem lange die Fans weglaufen. Ob man sich das aus dieser Fede erauft hat, ich glaube nicht. Ich habe ja wirklich gedacht, dass die WWE gehofft hat, durch diese Fede, dass John Cena wieder mehr Zuwachs bekommt. Aber nein, die Leute sind Fan von Bray Wyatt geworden. Oder sind es halt schon jetzt. Also wie ich. Wird auch so bleiben. Und eigentlich wäre auch ein Sieg für Bray Wyatt für die weitere Entwicklung beider Charakter. Auch wenn die Fede hier nach, gehe ich mal von aus, beendet sein wird, durchaus besser. Weil wenn Bray Wyatt erneut verliert, verliert er halt an Glaubwürdigkeit. Und John Cena wird auch mal eine klare Niederlage, ich meine bei Extreme Rules war es keine klare Niederlage, dem würde eine klare Niederlage gegen einen Heal wirklich gut tun. Und man darf dann gespannt sein, wie sich John Cenas Charakter weiterentwickeln wird. Also ein Sieg für Wyatt, das wäre, gehe ich ganz stark von aus, einfach eine Bereicherung für beide. Ganz klar und deutlich. Bray Wyatt gewinnt an Stärke und Cena, ja mit seinem Charakter könnte man da einfach mal ein bisschen spielen. Als Ziel wird er wohl nie agieren. Der Traum ist ausgeträumt, aber man darf gespannt sein. Ja und dann, ich gehe davon aus, es wird der Main Event sein. Das Dreier gegen Dreier Elimination Low Halls Bart Match. Zwischen, ups, da hat es geklickt. Nein, zwischen The Shield und Evolution. Was soll ich großartig dazu sagen? Ich erwarte wirklich unfassbar viel von dem Match, ein besseres Match als bei Extreme Rules. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht und ich gehe aber auch davon aus, dass The Shield erneut gewinnen wird, weil ja wirklich spekuliert wird oder schon fast feststeht, dass Batista in eine Pause gehen wird. Ja, ist ja wohl irgendwie an einem Hollywood-Film dran und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Evolution gewinnt, dann Batista weg ist. Passt einfach nicht. Ich gehe davon aus, dass The Shield gewinnen wird und dass es wirklich eine richtige Tag-Team-Schlacht wird, wie wir sie schon lange, ja was heißt schon lange, schon lange nicht mehr gesehen haben, jetzt ist eigentlich Blödsinn. Dieses Jahr schon oft, ich meine bei Extreme Rules das Match war geil, bei No Way Out, die WIATS gegen The Shield war auch geil, aber so die letzten Jahre davor war halt immer so ein bisschen Tag-Team so bla bla bla. Aber man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt und ich hoffe auf ein sehr gutes Match und auf eine gute Veranstaltung und ja, ich hoffe, ja das war es eigentlich, ne? Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, so meine Meinungen zu den Matches und hier und da und dort. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, ob ihr die Veranstaltung auch sehen werdet und ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog in circa einem Monat, ne? Macht's gut, haut da rein. Ciao, ciao.